Gleich beginnt unsere CEO-Veranstaltung, unsere erste After-Work-Veranstaltung in der Agentur Schöller und von Rehlingen. Co-Gastgeberin ist Alexander von Rehlingen, unsere Beirätin. Und wir haben einen ganz tollen Gast eingeladen. Er ist auch gekommen, nämlich aus Berlin. Es ist Matthias Politicki, der dieses wunderbare Buch geschrieben hat, worüber wir heute sprechen werden, mein Abschied von Deutschland. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Schön, dass du dich auf den Weg zu uns gemacht hast. Was machen wir heute Abend so mit dir? Ich freue mich, dass ich mal wieder hier bin in Hamburg. Und wir reden vielleicht auch genau über die Gründe, warum ich trotz der Schönheit dieser Stadt und der vielen Freunde und meines Verlages und der Stammkneipe es irgendwann mal nicht mehr ausgehalten habe in Deutschland, wegen eines gewissen Klimas. Und da lese ich sogar zwei, drei Seiten, dann kommt es den auch nicht drauf an. Ja, ich hoffe, dass du ein paar Seiten lesen wirst. Also wir werden einen Matthias Politicki erleben, der jetzt in Wien seit 2021 lebt und uns dafür deshalb die Gründe nennen wird. Und darüber hat er auch ein tolles Buch geschrieben. Es ist sehr lesenswert. Und ich freue mich einfach nur drauf und wünsche euch schon mal einen schönen Abend mit uns. Danke, dass du da bist. Ich bin gespannt. Ja, ich auch.